Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Mario Wolosch aus dem Hotel Marinella im 19. Stock. Herrliche Aussicht und gemeinsam mit mir ist der David. Hallo David. Hallo Mario. Genau, David ist Top Affiliate bei Clicktip. Ich habe jetzt nicht ganz genau die Zahlen im Kopf, aber ich glaube, David ist die Nummer 1 von unseren über 22.000 Affiliates. David, bevor wir anfangen und mal ganz kurz erzählen für die anderen Partner von Clicktip, wie du das genau machst. Mal ganz kurz, du bist als Affiliate sehr gefragt. Jeder will im Prinzip, dass du seine Produkte bewirbst, weil klar ist, wenn du das machst, dann räumst du den ganzen Markt weg. Warum hast du dir Clicktip als Partnerprogramm ausgewählt? Ganz einfache Antwort, da brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Also Clicktip ist wirklich von vorne bis hinten komplett durchdacht. Es läuft einfach super. Aber das wahnsinnig Gute an Clicktip ist halt die Lifetime-Provision. Also es ist wirklich so, dass ich jeden Morgen, weil ich jetzt jeden Tag schon Abos abschließe oder Mitgliedschaften, besser gesagt, immer wieder Provisionen bekomme. Jedes Mal um 12 Uhr nachts kommt eine Provision von Digistore rein zu Clicktip, zu dem Partnerprogramm. Und das ist das Entscheidende für mich. Also ich will nicht nur einmal verdienen, ich will dauerhaft verdienen. Also Lifetime-Provisionen genießen und das kann ich mit Clicktip wahnsinnig gut. Und zudem ist Clicktip halt ein Partner, die mir immer auch Sachen zuspielen. Die sagen, was brauchst du, wir spielen dir das zu. Und da reagierst du halt immer sehr, sehr gut. Also ich persönlich denke halt, dass man grundsätzlich allen Affiliates eine sehr hohe Wertschätzung entgegenbringen sollte, weil Affiliates sind, die nehmen ihr eigenes Geld in die Hand, nehmen ihre eigene Zeit in die Hand, um mein Produkt zu bewerben. Und dementsprechend versuche ich natürlich dann auch, dich zu unterstützen bei deinen Aktivitäten für Clicktip. David, du bist in deinem Marketingaktivität extrem effektiv. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei, drei Geheimnisse einfach mal machen? Erstmal, über welchen Kanal gehst du eigentlich? Was ist dein Hauptkanal für Traffic, wenn du uns Traffic schickst? Hauptsächlich über Facebook, weil ich halt bei Facebook die Super-Targeting-Maßnahmen erreiche. Also ich kann wirklich super targetieren. Ich kann mir meine Zielgruppen richtig gut aussuchen, anspielen. So wie Unternehmer, Founder, Co-Founder. Also jede beliebige Zielgruppe erreiche ich bei Facebook. Das ist auch wirklich meine Hauptmaschinerie, sage ich, für meinen Traffic. Im Background gehe ich über das Retargeting, über alle Displaykanäle zusätzlich. Das binde ich natürlich jetzt durch den Vorteil der Implementierung des Pixels von Clicktip. Also das hat kein Partnerprogramm, wirklich. Ich kenne keins in Deutschland. Nur Clicktip kann ich natürlich viel, viel mehr machen im Hintergrund. Und dann erreiche ich natürlich so eine Customer Lifetime Value. Das heißt, ich gebe vielleicht im ersten Monat etwas mehr aus, aber durch das Retargeting und alles erreiche ich wieder viel, viel mehr Leute. Und im Nachhinein habe ich viel mehr Geld verdient. Und das ist das Entscheidende. Also Hauptziel ist, Haupttrafficquelle ist Facebook. Und dann muss natürlich auch die perfekte Kampagne stehen. Also die Anzeige muss perfekt sein. Super. Also richtig verstanden. Facebook ist der Hauptkanal für sozusagen den ersten Kontakt und danach Retargeting über alle anderen Plattformen auch aus. Okay. Und vielleicht nochmal ganz kurz für dich als Teilnehmer. Das Feature, was der David gerade angesprochen hat, ist auch aus meiner Sicht einmaliges Feature für ein Partnerprogramm. Das war Davids Idee, die wir da implementiert haben. Also nochmal Dankeschön auch dafür, für diese Idee. Und die Funktion ist im Wesentlichen, dass man als Affiliate für die wichtigen Clicktip-Landing-Pages, also insbesondere für unsere Webinar-Seiten, also wenn sobald jemand in das Webinar gegangen ist und auch dann, wenn jemand gekauft hat, auf diesen Clicktip-Seiten, das sind Seiten, die auf der clicktip.com-Domain sind, auf diesen Seiten kann David als Affiliate seinen Facebook-Pixel einbinden und damit vom Erstklick auf Facebook bis hin zum Kauf bei Clicktip das gesamte Tracking bei sich in seinem Facebook-Konto abbilden. Und was wir auch noch darüber hinaus gemacht haben, ist, dass wir für allen Clicktip-Produkten über die gesamte Laufzeit von Clicktip, also über die gesamten acht Jahre, die gesamten vergangenen acht Jahre, für jedes einzelne Produkt den Customer Lifetime Value errechnet haben. Daraus dann die Affiliate-Provision ermittelt haben und diesen Wert, den schreiben wir für jedes Produkt noch in diesen Purchase Value mit rein, sodass David als Affiliate in seinem Facebook-Tracking ganz genau sehen kann, okay, diese Kampagne hat mir so viel Geld gebracht über den Customer Lifetime Value und dann kann er als Affiliate entscheiden, ist diese Kampagne mit dieser Zielgruppe profitabel oder ist sie das nicht. Und wenn sie profitabel ist, kann David aufdrehen und das führt eben dazu, dass du damit eben sehr erfolgreich sein kannst. Richtig, genau. Der Break-Even ist einfach wirklich so simpel dann gestaltet, dass man einfach sagen kann, ich kann jetzt Vollgas geben, weil es einfach hintenrum genügend wieder reinkommt und das ist einfach genial. Super. David, mal noch so ein paar Koordinaten zu dir, weil du bist ja sehr, sehr underground-mäßig unterwegs. Dich kennt man kaum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du willst auch gar nicht, dass so jeder mit dir so Kontakt hat, weil dann kommen die alle und wollen, dass du deren Produkte bewirbst und du hast eigentlich gar keine Lust, die die ganze Zeit immer abzulehnen, weil die Landingpages nicht gut sind oder weil vielleicht die Chemie nicht stimmt oder oder oder. Kannst du vielleicht einfach mal noch ein paar Daten zu dir machen? Wie lange machst du eigentlich jetzt schon Online-Marketing und wie viele Jahre machst du jetzt schon Facebook? Online-Marketing seit 16 Jahren. Also ich bin damit groß geworden. Ich habe mir damit mein Studium finanziert, alles Mögliche. Also ich lebe davon seit 16 Jahren. Facebook-Marketing seit über sieben Jahren. Und das ist auch mein Main-Business aktuell, dass ich wirklich nur dieses Performance-Marketing, was Facebook ja auch dazu gehört, also die gehören ja dazu, und diese ganzen Retargeting-Maßnahmen, Display, das mache ich jetzt über sieben Jahren. Das macht mir so einen Spaß, weil man, wenn man, ich bin so ein Zahlenmensch und Analysemensch, wenn man gut analysiert, kann man jeden Kanal analysieren und sagen, okay, das funktioniert super, dann gehe ich hier raus und dreh da auf. Das macht mir mega Spaß. Und zu deiner Frage noch, ja, ich suche mir eigentlich die Partner aus. Ich kann gut heute Nein sagen. Das ist mein Luxus vielleicht jetzt heute schon. Und das, was Spaß macht, das sage ich dir ja gerade schon. Lifetime-Provision. Du hast ein Pixel eingebaut für mich. Also es ist der Hammer. Kann ich jedem empfehlen, als Partner, als FD-Partner, mit Klick-Tipp anzufangen. Allein schon wegen der Lifetime-Provision und wegen dem Pixel, dass man nicht in so eine Blackbox investiert, sondern wirklich misst. David, nur mal, dass man auch so ein bisschen die Größe von dem Rad ungefähr abschätzen kann, was du so drehst. Wie viel Geld gibst du im Monat nur für Facebook aus? Im Monat sind es circa 40.000 bis 50.000 Euro. Also ich gebe pro Jahr über eine halbe Million Euro für Facebook-Ads aus oder Performance-Marketing-Ads und fahre da aber auch gesunde Zahlen wieder rein. Also das ist schon mal richtig, richtig groß.